Hallo und herzlich willkommen beim neuen Netzplay von SCALE. Hier ist euer René. Heute teste ich mal den Survival Mode. Also sie waren an die Menschen gegen die Viecher. Das erinnert ein bisschen an COD-Ghost auf der Ajausten Survival. Aber eigentlich ist das hier die Verarsche davon. Oder vielleicht ist das die Verarsche davon. Ich glaube man wird das wohl nie erfahren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wann das Spiel rausbekommen ist. Aber das ist schon länger her bei solchen Lassanieren. Ich weiß nicht, was da kommt. Bei Hafen halt. Ich glaube ich bin heute. Genau. Ich zeige nicht mal. Ich bin jetzt schon. Wir Hörsen selber beim Herzen unseren Schuss. Die Person area. Die Zweigernarten. Und wir werden ihn. Ne ne. Nein, weil jetzt hier eigentlich so ein sinnloser Tag, dass man eh irgendwann sterben muss, wie bei Black Ops zum Beispiel. Ja, irgendwann wird man da überrannt. Und da oben ist eine Runde, nein, zwei, drei, fünf, fünf, vierzehnte Runde. Und da dauert zwei Städte zurück. Ich mach eigentlich was im Prozess. Ich werde von heute den ganzen Runden hier... jetzt flayen. Ja, das ist die Basis, aber die gehört, dass wir das ganze wieder hier... ...haut mal. Ja, ich bin nämlich der Einzige, der hier am Spielsatzbett war, eigentlich nur bei dem Spieler-Channel. Nein, da bist du auf dem Rekord beim... naja, mach ich nicht. Ja, das kann sich nicht machen. Sonst zog gleich einen Lehrer von uns und ich will gleich jetzt noch ein bisschen... Oh, mh, oh je. Oh, das weiß ich nicht. Wie das Monster hier hat ja keine Schächlein zum Kopf. Bäre nicht bei jedem so. Wenn er sich unten den Kopf anschießt, wird er noch so viel anbieter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, er hat die L86. War ne gute MG, aber lieber wie hier die ist etwas günstiger und stärker. Ja, die drei Slots hier unten sind die, die man auch Multiplayer hat. Daher habe ich gerade so eine Rude gelegt. Aber wenn man sich nur eine Runde stellt, bekommt man gleich so am Anfang 30.000. Die Wurfe, die ich zum Beispiel habe, kostet 21.000. Das war die Wurfe, aber... Hm, im Survive-Modus ist die wirklich Krio. Okay. Geht doch schnell nach der Zehnsicht nach. Die Zehnsicht hat noch weniger Rücksicht. Ja. So, hm... Wir sind doch bald durch. Für Felden hier. Den könnte ich jetzt nicht mal aufhalten. Ja, das sind da so eine extra-gandten Fieslinge. Ja, das sind da so eine extra-gandten Fieslinge. Ja, das sind da so eine extra-gandten Fieslinge. Und ich hab noch mal einen Schuss. Ja, ich hab noch mal einen Schuss. Ganz mal einen Schuss. So sinnvoll eingesetzt. Ja, ich hab noch mal einen Schuss. Ja, der Typ ist gleich kaputt. Aber der bekommt ja auch nichts mehr dazu. Naja. Naja. Ich glaube, ich werde auf die Schockwende für den Oberbus nachher. Ah, die Karbonne. Alter, ich mach die Gars noch nicht. Also, ich rate eigentlich nur für den Bellen. Wahrscheinlich auch zum Feld gewinnen, aber das würde sich jetzt überhaupt nicht lohnen. Und wie der Titel hier auf dem Bellen, wie wir aber früh, ist ja eigentlich fast nur das gleiche, außer auch mit der Gars. Aber, da muss man das ja eigentlich. Da ist mir schon plötzlich meistens gezwungen, das zu machen. Hier nicht. Das ist das Tolle. Nein, gezwungen jetzt nicht. Aber, naja. Ja, in meinem Fall zu machen. Oh, naja. Wirklich, ich fiche jetzt nicht die Frage. Ja, wie so viele Mojis, zum Beispiel der Mann, der ist jetzt neu gekommen für zu Weihnachten mit hier in so einem Schneeball-Ding, ne? Da werfen sich die ganzen Mitspieler mit Schneeballen ab. Ich hab zwar keine Ahnung, wie man ihn mit normalen Schneeballen töten soll, aber ist lustig. Zum Beispiel zu Big Snowball, die hatte ich gestern die ganze Zeit. Puh. Weil, äh, ein Toller und Ding hier entdeckt. Also, das war ein Toller und Ding hier. Das war ein Mann-Ot. Das war ein Mann-Ot. Ich habe auch ein Mann-Ot. Ich habe auch immer gewonnen. Ich habe auch immer gegenseitig. Bluby Troll Ja, alles wieder ok Naja Ich hab über 1000 Man fragt ja immer mehr Ok, äh Ja Ich frag nicht wieviel der Geld hat Ich glaub so 20-30.000 Ja, ich mach dann hier erstmal das Dich Ja Ich hab über noch über 1000 Hm Jetzt hab ich aber leider nicht mehr über 1000 Nicht mehr Ja Nein Ja 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 Nein Wiss Ich verrasche So knapp Ah Egal Naja Ja, bis zum nächsten Netzplay und Die Scheiße Scheiße Absatz ... T